Dann muss ich den auch noch mal, haha. Meins. Aber dann mach ich noch den hier hinten und dann vielleicht... Dann müsste ich... ...420 Repetition haben. ...2, wo ist denn 2? Oh mein Gott, ist da oben. We called you in. Oh mein Gott, der hat endlich zu unten. Ja, ja. Endlich. Discord Freunde und dann siehst du so wie ein Server. Ja, hab ich nicht. Ich bin an irgendeinem Server. Ich bin an irgendeinem Server. Ich bin durch alle 24 Server, genau. Was geht? Ähm... Sorry, eigentlich fast. Äh, nichts hier. Warten eigentlich nur auf... ...Miguel oder wie gleich. Und Ranker später. Ah, das ist sowieso wieder anstrengend. Das facken wir auch hier. Ja, aber die anderen halt nicht so gut sind, ne? Können halt nicht alle wie ich sein. Ich bin auch nicht gut. Du musst nicht ja sagen. Aber ich bin ja selber. Ich erhebe mich einfach so dermaßen von der anderen Seite. Das ist... 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 Ich habe die Alpha nur gewonnen. Ich 22 zu. Da haben wir früh aufgeblieben. Also wir hätten noch einen Platz frei. So ist es nicht. Wir hätten sogar jetzt zwei Plätze frei. Aber halt eine feine Runde. Weil wenn man da reinkommen will. Wir hätten den anruhen. Und wir hätten einen Flasenrein. Ich komme mit dem Flasenrein. Wir hätten den Flasenrein mit einem Flasenrein. Los nach�nen Flasenrein. Schläger da. Wo ist der? Da flieht noch ein bisschen länger, wenn ich die Reitspiegel gegen sind. Das ist super. Hanni, musst du nicht arbeiten wollen? Doch, ich wollte auch was halt machen irgendwie noch. Ja, hast du da. Ich hab morgen viel gearbeitet, deswegen sagst du. Was ist los? Ich will grad mal spielen. Online? Ja, deswegen. Naja, seit sieben? Sieben, ne? Ja, aber man behält den Charakter nicht, hab ich aber, ne? Ja, seit Beta. Ja, Alter. Du spielst ja vier Stunden. Willst du einen Speakman machen, oder was? Nö. Aber dann weiß ich, was ich zu tun hab. Wenn er, wenn er spät draußen ist. Naja. Geh noch ne Rondo-Verdor. Viel Spaß euch da noch. Hallo. 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 Ja. Gute Nacht. Schnappen. Schnappen. Oh, okay. Du Pröpizze. Save mein Laptop, pack das. Deswegen neue Züge. Ja. Ich würde einen neuen PC kaufen. Ja. Keine Ahnung. 93 ist ja nicht mehr so teuer. Das ist noch 2000. Ja. Ja. Ich bin da neuer, nur neue CPU. Auch 1000. Fertig. Oh. Wir sind die stärkste zusammen. Lass uns die Ehre zu den Maroras bringen. Nein. Ach, ich habe es geschafft. Perfekt. Der Old Man on the River. Ach ne. Urbanus Bixford. Das ist schon fast. Oh. Das ist ganz egal. Das ist eigentlich nicht. Verhalten Sie mir so. Das ist noch mal. ... ... D. ... Untertitelung des ZDF, 2020